Hallo, heute möchte ich euch unsere erste Hauptdarstellerin, die Mini, vorstellen. Mini ist unsere älteste Katze, ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Ja, zu Minis guten Angewohnheiten gehören auf jeden Fall ihre Fürsorglichkeit. Mini ist so niedlich mit den anderen. Als Persi, unsere zweite Katze, zu uns kam, hat sie eigentlich die Mutterrolle übernommen. Dann ist sie sehr kuschelig, uns Menschen gegenüber. Also sie darf dann auch zwischendurch mal mit ins Schlafzimmer und unter die Decke kommen zum Kuscheln. Und auch Mini hat leider schlechte Angewohnheiten. Das sind zum einen, dass sie sehr gerne am Sofa kratzt. Ja, und Mini frisst Pflanzen. Jeglicher Art. Dinge, die Mini auf jeden Fall mag, wie keine anderen, sind Schattenspiele. Also sei es der Schatten, den man selbst an die Wand wirft, oder Schatten, den irgendwelche Dinge an die Wand werfen. Da fährt sie voll drauf ab. Taschen liebt Mini auch über alles. Ob sie sich in die Taschen reinwühlt, oder irgendwas rauspult, oder sich einfach nur ganz demonstrativ drauf setzt, Taschen sind voll ihr Ding. Und was Mini absolut hasst, ist leider Götz. Alle Götz. Untertitelung des ZDF, 2020